In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Öffnungselemente in verschiedenen Bauelementen platziert werden und welche Möglichkeiten dabei zur Verfügung stehen. Eine Öffnung ist eine lineare Extrusion einer Grundform. Diese extrudierte Form wird aus der Geometrie eines anderen Elements herausgeschnitten. Nehmen wir den einfachsten Fall. Eine Öffnung wird in einer geraden, vertikalen Wand platziert. Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt an der Wand, um eine Öffnung zu platzieren. Sie kann im Grundriss oder im 3D platziert werden. Platzieren Sie in 3D eine Öffnung, indem Sie auf einen beliebigen Punkt der Wandoberfläche klicken. Nun wählen wir die Öffnung aus. Sie sehen die Umrisse der Grundform in Ihrer Referenzebene und den Extrusionsvektor, der senkrecht zur Referenzebene steht. Der Schnittpunkt des Extrusionsvektors und der Referenzebene wird als Ankerpunkt bezeichnet. Wie Türen, Fenster und Dachfenster haben Öffnungen keine eigene Ebene und müssen immer in einem anderen Element platziert werden. Beim Platzieren einer Öffnung wird eine Verbindung zwischen den beiden Elementen hergestellt. Die Verbindung sehen Sie nach einem Klick auf das rechteckige Icon. Öffnungen können in Wänden, Decken, Freiflächen und Trägern platziert werden. Öffnungen können rechteckig oder rund sein. Wenn Sie an einem der Viertelspunkte der runden Öffnung ziehen, können Sie diese in eine Ellipse umwandeln. Polygonale Öffnungen sind für ein späteres Archicad Update geplant. Vor dem Platzieren können wir die Größe und einen Ankerpunkt angeben, der festlegt, wo sich der Ankerpunkt in der Geometrie der Öffnung befindet. Zusätzlich können wir im Grundriss die Höhenwerte des Ankerpunkts festlegen und dann die Öffnung platzieren. Beim Platzieren der Öffnung in 3D definieren wir die Position des Ankerpunkts, indem wir einen Punkt der Oberfläche des Elements angeben. Die Geometrie der Öffnung wird in Bezug auf den Ankerpunkt erstellt. Eine Öffnung kann mit unterschiedlichen Ausrichtungen platziert werden. Mit Ausgerichtet wird die Öffnung senkrecht zur Referenzebene des Elements ausgerichtet. Bei Trägern und vertikalen Wänden erhalten Sie so eine horizontale Öffnung. Bei geneigten Wänden orientiert sich die Öffnung senkrecht zur Neigung. Bei Decken und Freiflächen ist die Öffnung vertikal. Die nächsten beiden verfügbaren Ausrichtungen sind vertikal und horizontal. Damit können Sie Wandnischen, Wandschlitze oder Deckenaussparungen erstellen. Mit der letzten individuellen Option können Sie nach der Platzierung die Öffnung frei in 3D drehen. Wir können auch die Begrenzungen des 3D-Schnittkörpers der Öffnung festlegen. Hier stehen drei Optionen zur Verfügung. Bei der ersten Option ist der Schnittkörper unendlich. In diesem Fall können wir den Versatz des Schnittkörpers relativ zum Ankerpunkt definieren. Dieser Versatzwert kann negativ oder positiv sein. Wir können auch durch die Taste Umdrehen die Richtung des halbunendlichen Extrusionskörpers zur anderen Seite der Referenzebene der Öffnung drehen. Mit der dritten Option begrenzen Sie den Schnittkörper der Öffnung an beiden Seiten. In diesem Fall können wir zusätzlich zum Versatz auch die Länge des Schnittkörpers der Öffnung angeben. Sehen Sie sich bitte auch alle anderen Clips in dieser Playlist an, um mehr über Öffnungen zu erfahren.